hey leute herzlich willkommen zurück zu future war mal letztens haben wir den wiese canyon absolviert und jetzt sind wir in so eine mine gelandet und so vom bild her was sie eben gesagt wirklich sagen müssen wir rennen wohl das ist ja leichter als klauen das ist ja leichter als klauen das ist nicht statt berechnen finde ich ich werde hier noch ein blödsinn nein ich war schon Na komm, weiter. Das ist nicht so knapp berechnet, finde ich. Aber wie hier gar kein Fehler heißt. Nein! Oh, nicht so gut. Ja, komm, schneller. Ja. Na toll, jetzt haben wir noch eine neue Einsammel. Ja, das ist echt sehr nett. Yippie! Yippie! Oh, 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 oh. Sehr schön. Haha. Boah! Boah! Wow! Boah! Die ganze Fässerung, ey. Ja, alle Nippler. Sehr schön. Und ein Exerleben, auch schön, ey. Schneller, Bender. Oh. Ey. Ja, komm. Boah. Ja, Leute, das war ein kurzes Kapitel. Aber natürlich mache ich weiter. Im Minenanglaube. Okay. Weiter. Äh, nein. Jetzt müssen wir speichern. Jo. Gut. Weiter. Junkdolfen in Schwer-Sirup. Okay. Tunfischfreundlich. Okay. Minanlage, okay. Oh. Oh, oh. Ein Minenlevel. Die haben es voll in sich. Meinst du? Jippie. Mal schauen. Oh. Oh, die gehen. Okay. Jo. Sehr schön. Sehr schön. Vier Nippler gibt es hier. Okay. Einmal aufladen. Okay. Oh. 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 Setz. Oh. Einmal, okay. Äh. Ach da. Da nach oben. Okay. Oh. Damit kann ich sicherlich eine Stripper-Bot. Ja. Sehr erfreundlich. Mist. Hier, dass du so zählst. Das kann sein. Damit kann man einen auf die Kerose machen. Ja. Kann man. Muss man aber nicht. Ach. Die lässt sich einfach. Oh. Aua. So. Nochmal. Upp. Jupp. 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 Upp. Nein. Ah. So. Nochmal. Ohne Fail. Ja. Diese. Diese Balance. Nimm mal Balance halten wir hier. Schwier. Schwierig. Checkpoint. Checkpoint. Na komm. Na komm. Aua. Na komm. Oh ey. Okay. Nochmal. Nochmal. Hier geht ein Mensch. Hier geht ein Mensch. Hier geht ein Mensch. Obwohl ich ein Mensch bin. Superschlag. Also Bänder. Also Bänder. So. Oh. Hier. Wie gut. Drei. Vier. Fünf. So schwer sind die Digga auch nicht. Geht eigentlich. Hey. Das ist doch der Typ aus der Zukunft. Ja. Oh. Oh. Okay. Gut. Gut. Ich liebe was ruggelt und glitzert. Ja. Nicht aus, ne. Das ist ja leichter als Clown. Auf jeden Fall. Clown sollte man auch nicht. Auf jeden Fall. Autsch. Was brauche ich ihn nicht machen. So. Zieh mal den Hebel. Sack. Ein Diamant ist unvergänglich. Genau wie ein Roboter. Was ist das? Schlüsselkarte. Na toll. Jetzt darf ich auch noch eine Felsknolle einsammeln. Wo bist du das? Bum bum. Das ist mein Geburtssteinrobotium. Okay. Das heißt, wir trinken. Aufladung. Felsschild. Egal, das ist die Diamantenklassik. Mal. Schlüsselkarte. Und weiter geht's. Check. Bereite dich darauf vor, zerquetscht, eingeschmolzen und zu, Metallsicherheitsgurten wiederverarbeitet zu werden. Sicherheitsgurten. Ich will kein Leben retten, sondern gefährden. Okay. Aua. Wiederholen ist gestohlen. Aua. Nachbänder. Checkpoint. Hier raufkommen. Oh. Na komm. Ups. Na. Na. Du bist nicht gesprungen. Egal. Komm. Ups. Egal. Schaff ich. Boah. Überall diese Schmalen. Boah. Na komm. Sehr schön. Noch ein Checkpoint. Okay. Und diese Großzüngechen. Interaktieren. Ja. Da. 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 Okay. Da. Und so. Aber so viel springen halt halt. wieder. Wunderbar. Wunderbar. Okay. So. Sehr schön. So. Gut. Aber gar nicht so schlimm. Aua. 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 Mann, dass ich mich oft treffe. Egal. Ich hab's ja geschafft. Checkpoint. Aua. Verkehr dich auf. Yes. Oh. Noch mehr springen da rein. So. Knopf drücken. Knopf drücken. So. Ja. Oh. So. So. Und deswegen ganz oben, okay. Und jetzt geh ich wieder weiter runter. Jetzt wieder hoch. Was für ein... Okay, jetzt hier rauf. Sehr schwamm. Okay. Okay. Ja. Und... Letzter Schirm. Sehr schön. Kann man hier rein? Doch, vielleicht noch nicht. Vielleicht später. Zack. 60 Checkpoint. Gut. Wir müssen... Ja, Mann. Mischen, trinken. Gut. Interagieren. Okay. Jetzt muss ich wieder zurück. Es ist aus, Frank. Kamera? Bom. Muss ich von hier zurück, ne? Geht so aus. Nein. Ich aufleihne mich aber gerne. Bitte. Ach, da geh ich nicht hin wegen einem Diamanten. Nö. Da ist ein Nippler. Wie komm ich denn da hin? Ah. Da komm ich nicht mehr hin. Okay. Oh ja, wo können wir das? Oh. Ich bin rein! Oh, schön für dich. Ah, komm ich jetzt Kias. Aua. Mal ein bisschen zu trinken. Ah, ganz vorsichtig. Au. Guck. Rudi. Wow. Nein! Das ist doch der Typ aus der Vergangenheit. und 5 gut sehr schön vorsichtig aufladen mal mehr ok ebenmäßige kristallisierte kohlenstoffatome von hier ok habe ich keinen Fallschaden bekommen gut kein Fallschaden das ist schwindelig Revender jetzt nein hab ich schon mal verpasst ach das war's schon aber leute ich würde sagen der Part ist heute ein bisschen kürzer aber wir haben zwei Level geschaffen das war's für diesen Part leute ich hoffe euch gefällt dieses Projekt weiterhin ich freue mich auf Likes und Kommentare auf Wiedersehen und schönen Tag noch ich freue mich noch